Herr Bischof, entschuldigen Sie, ich hätte auch eine Frage. Es geht um den Domplatz, denn was ich so mag. Als Kinder an den Domplatz haben wir gespielt mit dem Ball. Sofort hat der Pfarrer geschrien, fliege mit der Groll. Und heim pro um die Massen des Geldbeutelspiel. Möglichst 14 Euro greifen, das ist das Ziel. Möglichst 14 Euro greifen, das ist das Ziel. Herr Bischof, erklären Sie es mir, ich finde das nicht gut. Wo früher die Ebbe war, ist heut die Flut. Als Jugendliche um mir ins Zinkiffen getroffen. Wie Putzum ins Hintenbankfängnis verdroschen. Und heut saufen die Massen mit Genehmigung vom Land. Literweise Bierreuden und Bronzen sind die Wand. Literweise Glühweinreuden und Speiben sind die Wand. Herr Bischof, erklären Sie es mir, ich finde das nicht gut. Wo früher die Ebbe war, ist heut die Flut. Auf einem Pankchen mit Gitarren haben wir musiziert. Aber ja nicht so laut, weil es der Pfarrer schon gespielt. Und heim kommt der Beat aus 1000 Watt Strom. Ja, hat denn der Pfarrer das Hörgerät verloren. Ja, hat denn der Pfarrer das Hörgerät verloren. Herr Bischof, erklären Sie es mir, ich finde das nicht gut. Wo früher die Ebbe war, ist heut die Flut. Wenn's ums Geld geht, Herr Bischof, ich hätte eine Idee. Da fließt an die Kasse, dann schreien wir euch hin. Wir könnten am Domplatz ein Stadion machen. Da kämpft der Gemeinderot, warte ich zum Lachen. Oder machen wir einen Swingerclub im Freidenau. Die Kasse klingelt sicherlich bei Gruppen 6 im Stau. In der Mitte macht man grob, direkt in die Hölle. Für die Leute, was nicht folgen, der ist richtig an der Stelle. Sam, können wir noch Kinder mit Bälle verbrennen. Oder Jugendliche, die kiffen lernen, Teufel doch kennen. Die Gitarre als gutes Brennholz schmeißen wir hinten hoch. Ja, Möglichkeiten, ja, Möglichkeiten, seien grenzenlos. Ja, die Möglichkeiten, ja, die Möglichkeiten, seien grenzenlos. Herr Bischof, erklären Sie's mir, ich komm nicht ganz mit. Sonst geh ich halt so und neud'n Pappsteuden mit meinem Lied. Ob der mich wohl versteht?